Was eine wahnsinnige Saison. 2022, 2023 in der dritten Liga des 1. FC Saarbrücken war eine Berg- und Talfahrt. Man kann es nicht anders nennen, mir fällt es auch ehrlich gesagt immer noch ein bisschen schwer zu lachen nach dem Rückschlag, dem Verlust, den zwei Minuten von Osnabrück. Das hat schon brutal wehgetan. Es war unfassbar, vielleicht sogar noch beeindruckender als diese Last-Minute-Sache, wie das Stadion reagiert hat, mit so viel Empathie und so viel Stolz und so viel Freude und Dankbarkeit für eine wirklich herausragende Saison in jeglicher Hinsicht. Das war ein ganz großes Kino mal wieder von unserer Fanszene und diese Saison. Ihr werdet es gleich sehen. Ich habe ein bisschen gekramt so in den letzten Monaten und nochmal zusammengefasst, was da so alles auf den FCS und das Umfeld eingeprasselt ist. Das war eine Menge. Das würde bei anderen Vereinen für drei bis fünf Saisons reichen, was wir hier in dieser einen Saison alles haben einstecken müssen. Umso beachtlicher, wie das alles gelaufen ist und wir am Ende dann auf einem fünften Platz in der dritten Liga gelandet sind. So ganz ist die Saison ja auch noch nicht vorbei. Am Samstag steht noch das Pokalfinale beim Saarlandpokal an und ja, die ganz große Brisanz ist es vielleicht nicht mehr, weil wir schon für den DFB-Pokal qualifiziert sind, aber es wäre ja schon schön, wenn wir ihn wieder gewinnen würden. Also irgendwie gehört der Saarlandpokal schon in die Hände vom 1. FC Saarbrücken und ich mag es auch nicht, wenn Leute irgendwie immer vom Kirmuspokal sprechen. Also jetzt nicht böse nehmen, aber das ist arrogant und überheblich, weil wir sollten dankbar und froh sein, dass der 1. FC Saarbrücken immer der große Favorit ist beim Saarlandpokal und wir häufig im Finale stehen. Gut, manchmal geht es auch über Mettler oder andere Orte und wir stehen nicht im Finale, aber wir sind der große Favorit und wir spielen jedes Jahr um diesen Pokal. Und es gibt so viele, viele Vereine im Saarland, die sich ein Bein rausreißen würden, um ins Finale zu kommen oder vielleicht sogar diesen Pokal zu gewinnen und nächste Saison im DFB-Pokal zu spielen. Von daher, es wäre schon schön, wenn wir da respektvoll mit umgehen und diesen Pokal tatsächlich gewinnen würden. Zum einen ist er für die Statistik schön, zum anderen hätten wir dann was zu feiern und es wäre ein sehr versöhnlicher und guter Abschluss für die vielen Spieler, die uns am Ende dieser Saison verlassen werden. Und dass die eben einen würdevollen und ordentlichen Abschied bekommen, das liegt auch an uns. Also ich habe gerade eben nochmal geguckt, es ist heute Mittwoch. Es gibt noch sehr, sehr viele Karten für das Spiel am Samstag. Wenn ihr ein blau-schwarzes Herz habt, dann kommt. Nehmt euch frei, kauft euch Tickets, kommt ins Stadion und erweist unseren Spielern nochmal den Respekt, den sie verdient haben. Da sind Leute dabei, die man wirklich, und ich will jetzt nicht einfach so mit diesem Begriff um mich werfen, aber die man als FCS Legenden bezeichnen kann. Da ist ein Mike Franz, der sein Leben in der Bundesliga vor allem, aber auch in der zweiten Liga ganz, ganz oben verbracht hat, der immer gesagt hat, ich will einmal noch in blau-schwarz spielen. Ich will nochmal zum ersten FC Saarbrücken zurück. Es hat in dieser Saison geklappt. Es hat vielleicht nicht ganz so geklappt, wie er sich das vorgestellt hat. Ich werde auch gleich im Jahresrückblick noch ein bisschen was über Mike Franz sagen. Aber Mike wird am Samstag das letzte Spiel seiner Profikarriere machen und der hat es verdammt nochmal verdient, dass da ganz viele von uns sind und ihm Respekt erweisen. Genauso wie einer anderen FCS Legende, Tobias Jänneke. Tobi ist seit sechs Jahren bei uns, hat mit uns den DFB-Pokal Wahnsinn in Völkling erlebt. Wir sind überhaupt nur so weit gekommen, dank seiner Tore im DFB-Pokal. Er hat mit uns den Aufstieg in die dritte Liga klargemacht. Er ist mit uns in den neuen Ludwigspark umgezogen. Er hat so viele wichtige Tore gemacht für den FCS. Insgesamt in diesen sechs Jahren über 70 Torbeteiligungen. Er ist ein unfassbar guter Typ. Er ist einer der wichtigsten Menschen in der Kabine, glaube ich, so wie ich das mitbekomme, weil auch er ein Garant dafür ist, dass dieser Team-Spirit da ist, den wir seit einiger Zeit beim FCS haben in der Mannschaft, wo der eine sich für den anderen wirklich aufopfert. Und ich muss wirklich sagen, ich werde Tobias Jänneke brutal vermissen. Also wir hatten immer vor den Heimspielen so ein Ritual, dass er kurz vorbeigekommen ist und wir so ein bisschen miteinander geplauscht haben. Das wird mir brutal fehlen. Und diese Ironie und Sarkasmus, die er immer wieder hat, dieser Silberrücken, der wird, glaube ich, nicht nur mir fehlen. Der wird auch vielen Fans fehlen und der wird auch der Mannschaft fehlen. Und deswegen hoffe ich auch für Tobi, für Mike. Und es ist jetzt Mittwoch, Viertel nach zwei gerade. Es sind die beiden, die bisher bekannt sind. Es werden noch einige Namen folgen. Und es wäre toll, wenn diese Spieler am kommenden Samstag dann eben genau von euch diesen Respekt bekommen würden. Deswegen kommt bitte vorbei. Samstag, Saarland-Pokalfinale, Sarkogebrücken gegen Elversberg. Das Ende einer verrückten Saison. Und was da sonst noch alles vorgefallen ist, das erzähle ich euch jetzt. Viel Spaß mit dem Saisonrückblick 2022-23. Die Saison 2022-23 ging vor fast genau einem Jahr los. Am 12. Juni 2022 nämlich. Da war Trainingsauftakt im Sportfeld. Es ging erst mal los mit dem Relegationshinspiel der U17, die dann später in die Bundesliga aufgestiegen ist. Und dann haben sich damals noch die Jungs von Uwe Koschin hat ein bisschen warm gemacht und sich präsentiert. 3.000 FCS-Fans sind ins Sportfeld gekommen. Und da hat man schon gemerkt, da ist irgendwie was Besonderes in der Luft in dieser Saison. Es war eine ganz besondere Stimmung. Ich habe euch hier nochmal ein Video verlinkt, wenn ihr nochmal ein bisschen einfühlen wollt und eintauchen wollt in die Stimmung damals. Die war wirklich fantastisch. Viele, viele Leute waren da, auch um ihn natürlich zu sehen. Der Bub. Der Bub ist wieder daheim. Mike Franz hatte nach vielen, vielen Stationen in der Bundesliga und auch in der 2. Liga gesagt, er würde sich gerne seinen großen Wunsch erfüllen und nochmal für den 1. FC Saarbrücken auflaufen. Das war auch der Wunsch von vielen, vielen von uns, von uns FCS-Fans. Und am Ende wurde er erfüllt und er hat jetzt nochmal das blau-schwarze Trikot überziehen dürfen. Wahrscheinlich hat er vorher gedacht, dass die Saison ein bisschen anders laufen wird. Ich glaube, er hat sich schon ein paar mehr Einsätze versprochen. Aber der Körper hat nicht unbedingt immer mitgespielt. Ich glaube, es war trotzdem gut, dass Mike Franz sich diesen Traum nochmal erfüllt hat. Denn er hat der Mannschaft gut getan. Er hat uns gut getan. Und für mich gibt es so zwei Momente in der Saison, die bei mir hängen geblieben sind. Das eine ist der zweite Spieltag, als wir in Elversberg 2 zu 0 gewonnen haben. Da hat er gespielt und hat sich in irgendeinen Zweikampf reingeschmissen. Dass man wirklich fast die Knochen schon gehört hat. Ist danach auch ein bisschen länger behandelt worden. Und dann ist er aufgestanden und hat so diesen hier gemacht, so die Fäuste. Und dann habe ich gedacht, geil. Okay. Also genau das brauchen wir. Diesen Spirit, den Mike Franz mitbringt. Diesen Kampfgeist, diese Liebe zum FCS. Genau das ist das, was wir in dieser Saison brauchen. Das ist mir wirklich sehr, sehr in Erinnerung geblieben. Genauso wie natürlich das Saarland-Pokal-Halbfinale gegen FC Homburg im Waldstadion. Ein echter blau-schwarzer schießt das 1 zu 0 gegen die Homburger. Am Ende ziehen wir dadurch ins Finale ein. Auch das macht die Geschichte wieder rund. Deswegen, ja, danke Mike Franz. Also auch er war in dieser aktuellen Staffel, Tauzi ruft an, dabei und hat sich lange mit mir unterhalten. Verlinke ich euch auch nochmal, könnt ihr euch gerne anschauen. Ich bin sehr, sehr froh, dass Mike Franz bei uns war. Und ich bin sicher, er ist ja jetzt der Hemm, dass er jetzt auch bleibt. Also im Stadion werden wir ihn sowieso regelmäßig sehen. Und vielleicht schafft es der Verein ja sogar, ihn in irgendeiner Art und Weise einzuwinden, sodass er eine Funktion bei seinem geliebten FCS hat und er uns dann auch mit seiner Tatkraft und seinem Wissen erhalten bleibt. Jetzt am kommenden Samstag ist dann das letzte Spiel in der Profikarriere von Mike Franz, Saarland-Pokal gegen Elversberg. Da hoffe ich nicht nur, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, auf einen würdigen Abschied vor großem Publikum, sondern wünsche ihm natürlich, dass er zum Ende seiner Karriere nochmal einen Titel mitnimmt und am Ende auch den Saarland-Pokal dann mit dem FCS gewinnt. Mike Franz war einer der Neuzugänge. Wir können ja mal auf die anderen schauen. Zum Beispiel hier auf dem Bild sehen wir neben Mike Franz, Frederik Reckenwald, der hat seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben, hatte jetzt noch keine Einsätze in der dritten Liga, hatte auch ein bisschen mit seinem Körper zu kämpfen, aber ich glaube, das ist relativ normal. Und dann sehen wir schon, dass eigentlich alle anderen, die unterschrieben haben, so ziemlich eingeschlagen haben. Von wegen hier Transferpolitik und so. Ich glaube, die hat ganz gut funktioniert in dieser Saison. Richard Neudecker, den hat niemand auf der Rechnung gehabt, dass der von 1860 zu uns wechselt, war ein Riesen-Coup. Und Ritchie hat geliefert, also ein richtig guter Typ. Waren so zwei, drei Spiele dabei, da hat er so ein bisschen Durchhänger gehabt. Aber ansonsten ein fantastischer Spieler mit dem richtigen Auge. Er hat die richtige Einstellung, er ist ein richtig giftiger Typ auf dem Platz. Das macht großen Spaß, ihm zuzugucken. Gut, dass er beim FCS spielt, genauso wie Kasim Rabic. Der hatte wirklich so seine Anlaufschwierigkeiten. So in den ersten Monaten hat, glaube ich, schon der eine oder andere gedacht, den haben wir uns doch alle gewünscht. Der hat doch da in Fer so überperformt. Was ist denn jetzt los? Und jetzt die letzten 15 Spiele. Also das Team ist der Star. Aber man muss schon sagen, dass Kasim Rabic wirklich einer der überragenden Spieler war in den letzten 10 bis 15 Spielen. Fantastisch. Und ich hoffe, wir sind alle froh, dass er noch Vertrag hat und auch nächste Saison beim FCS spielt. Genauso wie Julius Biader. Der hat nicht ganz so viel Glück gehabt. Er hatte dann doch noch ein bisschen länger mit seinen Verletzungen zu kämpfen. Und auch er ist nächstes Jahr noch da. Wir können uns, glaube ich, wirklich nur wünschen, dass sein Körper jetzt mitspielt. Und dass er mal längere Zeit im Flow bleibt und mitspielen kann. Weil das haben wir auch alle schon gesehen. Wenn er denn fit ist, dann ist er eine richtig große Hilfe. Und aus kölsche Frohnatur tut er, glaube ich, sowieso auch jeder Mannschaft gut. Hat jetzt auch eine Saarländerin in seiner Familie. Ist ja jetzt Papa geworden in dieser Saison. Also von daher läuft das alles rund. Wen haben wir noch? Andy Breuer. Der trainiert seit dieser Saison bei der ersten Mannschaft mit. Und ist auf einem guten Weg. Hat auch schon die ersten Minuten in der dritten Liga gesammelt. Tim Paterock hat bei uns unterschrieben. Kam vom VfR Ahlen. Hat auch gezeigt, wenn er im Tor ran durfte, das auf ihn verlassen. Das hat eine Menge schöne Paraden gezeigt und ist genau so ein cooler Typ wie Julian Bauer. Den habe ich tatsächlich beim Spiel gegen Osnabrück, beim Kindertag, zum ersten Mal so richtig persönlich kennengelernt. Und war echt total begeistert. Sehr, 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 sehr cooler Typ. Hatte natürlich jetzt nicht so viele Einsätze. Aber wenn du Daniel Batz und Tim Paterock vor dir hast, dann ist es halt auch schwer. Das war ihm mit Sicherheit vorher schon klar. Dann haben wir noch unsere beiden Leihspieler. Dominik Becker. Der hat sehr lange gebraucht, bis er in Dritt gekommen ist. Ist dann irgendwann ins kalte Wasser geschmissen worden. Und zack, hat performt unter Rüdiger Ziel. Genauso wie Marvin Kuni. Ich glaube, auch da sind wir uns alle einig. Dieser Mann hat Eier aus Stahl. Also ich habe schon lange keinen so jungen Spieler mit so großem Selbstbewusstsein gesehen wie Marvin Kuni. Als er sich da den Elfmeter, also den Elfmeter geschnappt hat gegen Oldenburg und das Ding dann da versenkt hat. Da braucht man schon Eier für. Also das ist schon großes Kino. Ich glaube, der ist extrem eklig. Keiner möchte gerne gegen ihn spielen, weil er so wendig ist, weil er unfassbar schnell ist und weil er gefühlt überall ist auf dem Platz. Seine Buden hat er auch gemacht. Also auch da würde ich sagen, alles richtig gemacht. Genauso wie bei den etwas älteren Herren, die dann im Laufe der Saison noch kommen. Carlo Gero Rizzotto auf der Außenseite ist eine Bank. Dazu zieht er ständig mal noch von 30, 40 Metern ab und versenkt den Ball. Also der tut uns genauso gut wie Marcel Gauss, der in der Winterpause gekommen ist und der, ja, also wenn wir Einwurf haben und Gaussi ist an der Seite, dann ist es sowas wie ein Freistoß oder wie ein Eckball. Also auch Marcel Gauss tut uns richtig gut. Deswegen Neuverpflichtungen, meiner Meinung nach, alles richtig gemacht, fast alles richtig gemacht. Das ist richtig gut gelaufen. Genauso wie der Start in die neue Saison. Drei Spiele, drei Siege, unter anderem der 2-0-Sieg gegen Elversberg. Aber dann ging so die erste Krise los. Es kamen einige Unentschieden, unter anderem dann auch eine Niederlage gegen Essen und eine Niederlage gegen Mannheim. Damals standen wir dann irgendwann nur noch auf Platz 11 und man hat schon so mehr oder weniger mitbekommen, irgendwas läuft da nicht so richtig rund zwischen der Mannschaft und zwischen Uwe Koschinat. Und als dann sozusagen die Krise schon am Laufen war und wir nicht mehr wirklich performt haben und nicht mehr so richtig gepunktet haben, war die Seuche dann komplett da, weil auch Sibi Jakob, der bis dahin richtig gut drauf war und richtig gut performt hat, sich das Kreuzband gerissen hat und den Rest der Saison tatsächlich nur zugucken musste. Bisher ist ja fast alles gut gelaufen in seiner Reha. Er musste jetzt vor kurzem nochmal operiert werden. Das hat ihn nochmal ein bisschen zurückgeworfen. Aber ich hoffe sehr, dass die Pause jetzt auch ausreicht, dass er dann wirklich pünktlich zum Trainingsauftakt für die neue Saison wieder dabei ist und wir hoffentlich dann auch in der neuen Saison ganz viel Spaß wieder haben mit Sebastian Jakob. Der ist ausgefallen. Dafür ist ein Neuer plötzlich wirklich aus dem Hut gezaubert worden. Denn beim FCS wurde ein neuer Posten eingeführt. Der Posten des Managers mit Generalvollmacht. Rüdiger Ziel hat sich beworben beim 1. FC Saarbrücken, hat Hartmut Ostermann überzeugt und war dann der neue oder ist seitdem der neue starke Mann beim 1. FC Saarbrücken. Der allererste Auftritt, auch an den erinnern wir uns noch, der war nicht ganz so glorreich. Das war diese berühmte lockere Runde im Sportfeld. Ja, da wäre ein bisschen Vorbereitung, glaube ich, ganz gut gewesen. Das war ein bisschen fies, wie unsere Presse den unvorbereiteten Kenntnisstand von Rüdiger Ziel ausgenutzt hat, um ihn da ein bisschen zu grillen. Gott sei Dank hat sich das dann relativ schnell nochmal gelöst. Wir haben darüber übrigens auch gesprochen in der Folge Tauzi ruft an. Hier unten verlinkt, das könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Damals war es, glaube ich, noch nicht so. Ne, das war, da war Uwe Koschinat noch im Amt, als ich mit Rüdiger Ziel gesprochen habe. Aber kurze Zeit später dann eben nicht mehr, weil dann hat auch Rüdiger Ziel gemerkt, das geht nicht mehr. Uwe Koschinat und große Teile der Mannschaft leben mittlerweile auf verschiedenen Planeten und wenn man erfolgreich sein will, dann wird das nicht so funktionieren. Vielleicht gibt es in den nächsten Monaten ja mal Gelegenheit, bei Tauzi ruft an, mit Uwe darüber zu sprechen. Er und seine Frau, ganz liebe, liebe, nette Menschen. Und ich glaube, er hat sich auch wirklich sehnlichst gewünscht, mit dem FCS erfolgreich zu sein. Aber sich so mit großen Teilen der Mannschaft anzulegen und das herauszufordern, war vielleicht nicht unbedingt die klügste Entscheidung, die er getroffen hat. Und am Ende ist er dann auch daran gescheitert. Jetzt steht er in der Relegation gegen Bielefeld und fast hätte es ein Wiedersehen mit Uwe Koschinat gegeben. Rüdiger Ziel hat übernommen, erst mal nur als Interimstrainer, aber es lief plötzlich. Also wir haben dann bis zur Winterpause fast kein Spiel mehr verloren oder, nee, kein Spiel mehr verloren. Fast alle Spiele gewonnen so und haben uns dann nach der Hinrunde oder nach der fast fertigen Hinrunde auf Platz zwei wiedergefunden in der Tabelle. Die Winterpause hat dieses Jahr ja schon so früh wie nie begonnen. Im November, auch das hat man schon wieder vergessen, da gab es ja noch dieses komische Fußballturnier in Katar. Ja, das war im November und deswegen war da schon Winterpause. Und jetzt muss ich mal kurz auf meinen schlauen Zettel gucken, weil da, genau, da war noch was dazwischen. Rüdiger Ziel wollte ja ursprünglich nur übergangsweise der Trainer sein und hat intensiv nach dem Trainer gesucht, hatte eigentlich auch schon einen gefunden. Patrick Klöckner nämlich, der unter anderem auch mal bei den Mannheimern war. Und mehr oder weniger war alles fix. Der Vertrag war fertig, es gab eigentlich nur ein Gespräch, soweit ich das gehört habe, mit einem Anwalt, dass man wirklich die letzten Details festklopft. Aber dann kamen irgendwie so zwei Sachen dazu, die ein bisschen schwierig waren. Zum einen hat man auch von Hansa Rostock bei Patrick Klöckner angeklopft und gesagt, ja, hier hättest du eventuell Interesse, bei uns Trainer zu sein. Wir überlegen nämlich, unseren Trainer rauszuschmeißen. Und dann ist Herr Klöckner wohl auf die Idee gekommen, ein paar, naja, unschöne Details in seinen Vertrag schreiben zu lassen, die, glaube ich, kein Verein dieser Welt einfach so mitgegangen wäre. Unter anderem, dass er direkt wechseln darf, wenn er irgendwie was Besseres gefunden hat. Das Ding ist dann gescheitert. Patrick Klöckner hat nicht bei uns unterschrieben, hat dann bei Hansa Rostock unterschrieben, um dort nach zehn Spielen wieder rauszufliegen. Karma is a bitch, sage ich dazu nur. Und wer weiß, vielleicht sehen wir Patrick Klöckner ja auch irgendwann mal im Ludwigspark. Jedenfalls bin ich mir relativ sicher, dass wir ihn nicht an der Seite des 1. FC Saarbrücken sehen. Und nach der Aktion ist das vielleicht auch besser so. Das war so ein bisschen der Anfang von den Skandalwochen, die uns dann begleitet haben, im November und im Dezember. Beim Training hat dann irgendwann Tobias Schwede gefehlt. Es hat ein bisschen gedauert, bis dann rauskam, warum. Er musste sich in Wiesbaden vor Gericht verantworten, wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung. Dieser Prozess hat viele Monate gedauert, er ist freigestellt gewesen so lange, ist freigesprochen worden von allen Anklagepunkten. Aber klar war auch, dass nach so einer Zeit es schwierig werden würde, wenn er wieder zurückkommt, um beim FCS ganz normal wie früher Fußball zu spielen. Deswegen hat man sich am Ende dann Anfang dieses Jahres darauf geeinigt, dass der Arbeitsvertrag aufgehoben wird und die Geschichte von Tobias Schwede beim 1. FC Saarbrücken eine sehr kurze bleibt. Der nächste Skandal, der wurde dann mehr oder weniger von außen an uns herangetragen, weil nämlich auf dem Dachboden von Martin Welker 389.000 Euro in einem Koffer gefunden wurden. Die Medien haben vermutet, dass es eventuell Schmiergeld gewesen sein könnte im Zusammenhang mit dem Neubau oder der Renovierung oder der Sanierung des Saarbrücker Ludwigsparks, also unserem Stadion. Dann ist später noch eine Geschichte mit einer Waffe aufgetaucht. Also sehr, sehr viele unschöne Schlagzeilen, wodurch auch der FCS dann nochmal da mit reingezogen wurde, obwohl er da gar nicht so direkt was mit zu tun hatte. Richtig gute Schlagzeilen hat dann mal wieder die FCS-Fanszene produziert, nämlich mit einer wirklich fantastischen Premiere auf dem Max-Urfels-Platz in Saarbrücken. Der ersten blau-schwarzen Nacht, der erste Weihnachtsmarkt von Fans für Fans. Der Max-Urfels-Platz ist fast explodiert. Es wurde um 19.03 Uhr gemeinsam gesungen. Also es war echt ein ganz, ganz tolles Event, das auch noch einen großen Benefit hatte, denn es ist wirklich eine Menge Geld auch umgesetzt worden bei diesem blau-schwarzen Weihnachtsmarkt. Und am Ende sind dann 10.000 Euro gespendet worden an den Kältebus in Saarbrücken und an die Dritte Welt Saar. Also richtig runde, richtig gute Sache kurz vor Weihnachten. An Weihnachten hatten wir dann mal ein bisschen Pause, aber über die Feiertage hat dann ein anderer Saarbrücker für viel Freude in unserem blau-schwarzen Herzen gesorgt. Er hat zwar nicht direkt was mit dem FCS zu tun, aber er ist großer FCS-Fan, versucht immer im Stadion zu sein, wenn er es denn irgendwie schafft. Gabriel Clemens hat es bei der Darts-WM tatsächlich als erster Deutscher bis ins Halbfinale geschafft. Und wir alle haben mitgefiebert und ihm die Daumen gedrückt. Er hat ja auch eine Sprachnachricht geschickt anschließend, die wir im Stadion gespielt haben. Ich habe eine schöne Folge mit ihm gemacht und im Rahmen dieser ganzen Darts-WM ist er auch immer wieder auf dem 1. FC Saarbrücken angesprochen worden. Das war für uns, glaube ich, eine sehr, sehr gute Zeit. Auch der Verein hat davon sehr profitiert auch. Dann hat das neue Jahr begonnen und das neue Jahr hat dann gleich mal wieder mit einem neuen Skandal begonnen. Dieses Mal war der Redakteur der Saarbrücker Zeitung Patrick Cordier im Fokus, der sich beim Trainingsauftakt verbal ziemlich vergaloppiert hat, eine rassistische Äußerung gegenüber Samar Mosain gemacht hat, unserem Trainer von der ZWET. Das Ganze hat für ein paar Wochen tatsächlich für Schlagzeiten gesorgt. Er hat keine Seite so richtig gut ausgesehen. Samar Mosain, der konnte einem in dieser Zeit wirklich nur leidtun. Und umso beachtlicher, muss ich wirklich sagen, großer Respekt, wie er mit dieser Sache umgegangen ist. Und am Ende, Gott sei Dank, irgendwie ist er ja belohnt worden mit dem Aufstieg der ZWET in die Verbandsliga. Aber ich bin mir sicher, das hätte er auch ganz gerne so geschafft, ohne diesen Skandal. Ja, FC Hollywood haben wir dann irgendwann mal als Beinamen gehabt von Magenta unter anderem. Auch, weil es dann andere Diskussionen gab. Das Präsidium wurde nach längerer Zeit wieder komplettiert. Neben Schatzmeister Dieter Weller und Präsident Hartmut Ostermann haben wir jetzt auch wieder einen Vizepräsidenten, Salvo Pitino. Da gingen dann ganz viele Diskussionen los um eine mögliche AfD-Vergangenheit, weil seine Schwester mal für einen AfD-Abgeordneten gearbeitet hat. Dann ist das Projekt Profi-Campus plötzlich an die Öffentlichkeit gelangt und es wurde viel darüber diskutiert, ob es Sinn macht, dass der FCS da oben auf die Galgen-Dell zieht und dort einen Profi-Campus einrichtet. Der eine oder andere von euch war ja schon mal da und hat sich da umgeguckt. Und man kann, glaube ich, von der Art und Weise, wie das ganze Projekt vorbereitet wurde oder wie es auch nach wie vor verarbeitet wird, darüber kann man sicher diskutieren. Aber meine ganz persönliche Meinung, wenn man mal da oben war und sich das angeguckt hat, dann erkennt man einen Sinn. Dann erkennt man, dass das tatsächlich für den Verein ein großer Sprung wäre, wenn die Profis dort ihren eigenen Platz hätten und ihre eigenen Räume und der Fanshop dort untergebracht wäre und die Geschäftsstelle und es eben nicht ganz viele verschiedene Standpunkte gibt. Ihr kennt diese ganzen Argumente, die wurden auch heftigst ausgetauscht in den letzten Monaten. Wir schauen mal, wie es so in den nächsten Wochen damit weitergeht. In den letzten Jahren war es ja dann doch nochmal ein bisschen ruhig geworden rund um den Profi-Campus. Und ja, das waren die Skandale Anfang des Jahres und dazu kam dann noch, dass es sportlich auch nicht mehr rund lief. Aus den ersten acht Spielen haben wir tatsächlich sechs verloren. Los ging es mit einer, ich glaube, 3 zu 2 oder 2 zu 3 Niederlage zu Hause gegen den MSV Duisburg. Und dann ging es auch weiter runter in der Tabelle. Am Ende standen wir dann auf Platz 7 nach 25 Spieltagen. Das Einzige, was bis dahin wirklich noch ein Highlight war in diesem Jahr, war der allererste Kindertag beim 1. FC Saarbrücken. Gegen den VfL Osnabrück haben wir das gemacht. Ganz, ganz viele Kinder haben sich beworben, also wirklich unfassbar viele Kinder, um irgendeinen Job beim FCS zu übernehmen. Also einige sind mit der Svenja Welch bei Social Media mitgelaufen. Es sind welche bei Kai und Sven beim Fanradio mitgelaufen. Wir hatten ganz viele Einlaufkinder, ganz viele Jobs. Die Lea und der Leon waren an dem Tag die Co-Stadionsprecher, haben mir geholfen bei der Moderation im Stadion und haben dann auch die Aufstellung vor dem großen FCS-Block gemacht. Also das haben sie richtig gut gemacht. Es war ein toller Tag für ganz viele Kinder. Es gab einen Familienblock zum ersten Mal. Alle Kinder haben ein Geschenk bekommen. Das kam richtig gut an und war eine Menge Arbeit, muss man sagen, im Vorfeld, weil wir das noch nie gemacht haben. Aber das hat sich absolut gelohnt und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Kindertag in der neuen Saison. Vielleicht an einem Spieltag, an dem die Sonne auch mal scheint. Da macht es dann nochmal ein bisschen mehr Spaß als an so einem trüben Märztag oder Februartag Anfang des Jahres. Und es hat ja noch was Gutes gehabt, dieser Kindertag, weil seitdem gibt es einen weiteren Star beim ersten Hälften der Brücken. Nämlich unser Maskottchen Louis ist wieder da. Ich glaube, es gibt niemanden, der ihn nicht liebt. Auch zwischen mir und ihm. Ihr seht es, es ist große, innige Liebe. Alle freuen sich, dass Louis wieder da ist und dass er bei den Heimspielen vor Ort ist und ganz, ganz viele Fotos macht. Es gibt ja jetzt seit Neuestem auch diese Aktion, dass ihr Fotos für die Anzeigentafel schicken könnt an stadionfotos.atfc-saarbrücken.de Saarbrücken mit U-E geschrieben. Da könnt ihr eure Fotos aus dem Stadion gerne einschicken und wir zeigen sie dann auf der Anzeigentafel. Und wirklich gefühlt jedes zweite oder dritte Bild ist irgendein Bild mit Louis. Ja, ich habe gerade eben gesagt, wir waren so ein bisschen in der sportlichen Krise. Und was dann passiert ist, das war schon sehr beachtlich. Der geile März ist losgegangen. Ich habe ein Video gemacht, weil ich ehrlich gesagt ein bisschen einen Hals hatte. Es wurde mir ein bisschen zu viel gejammert und habe euch darum gebeten, lasst uns doch einfach mal Motivationsvideos für die Mannschaft produzieren. Ich habe daraus dann ein sehr, sehr cooles Video gemacht. Das verlinke ich euch auch hier nochmal. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Es haben ganz, ganz viele Leute mitgemacht. Ich weiß, dass es viele Spieler aus der Mannschaft gesehen haben und vielleicht hat es tatsächlich das letzte Quäntchen mehr aus ihnen rausgeholt. Denn die Neun-Punkte-Woche, die ausgerufen wurde, die ist dann tatsächlich umgesetzt worden. Und sonntags haben wir in Wiesbaden gewonnen, mittwochs haben wir zu Hause gegen Bayreuth gewonnen und dann nochmal samstags zu Hause gegen Essen. Und dann war tatsächlich Neun-Punkte-Woche completed und wir waren direkt wieder dabei. Vorher abgeschrieben, nach dieser Woche wieder auf Platz 5 in der Tabelle mit Anschluss nach ganz oben. Nur zwei Pünktchen hinter, nee, es sind ein paar mehr gewesen. Damals waren es noch zehn Punkte hinter dem zweiten, aber nur zwei Pünktchen hinter Dresden. Also dem nächsten direkten Aufstiegsplatz. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über diese Neun-Punkte-Woche, dass so viele mitgemacht haben bei den Videos. Ich habe mich auch persönlich sehr gefreut, dass ich dann anschließend von der Mannschaft dieses schöne Trikot mit der Neun vorne drauf bekommen habe. Hinten stand drauf, tausend Dank und es hat sogar mal zu einem Live-Auftritt bei Magenta gereicht. Das hat großen Spaß gemacht, aber auch hier möchte ich nochmal sagen, die Idee zur Neun-Punkte-Woche, die kam zwar von mir, aber umgesetzt hat das Ganze die Mannschaft. Die haben performt auf dem Platz und haben alles rausgehauen und haben damit dafür gesorgt, dass wir weiterhin im Aufstiegsrennen mit dabei waren. So, jetzt mein Blick auf den schlauen Zettel. Der liegt hier nebendran. Genau, es ging dann so weiter. Wir waren irgendwie wieder auf Spur. Es gab plötzlich auch sowas wie unerwartete Siege. Nämlich, wir haben plötzlich mal ein Derby gewonnen gegen Waldhof Mannheim zu Hause vor einer geilen Kulisse mit einer geilen Choreografie. Und dann kam für mich persönlich das geilste Spiel, das wir bisher im Saarbrücker Ludwigspark hatten. Nämlich Freitagabend, 19 Uhr, Flutlichtspiel gegen Dynamo Dresden. Also, was da auf den Rängen los war, war unfassbar. Adriano Grimaldi hat anschließend gesagt, es ist eines seiner drei besten und beeindruckendsten Spiele seiner ganzen Karriere gewesen. Das war wirklich Wahnsinn. Der Ludwigspark war unfassbar laut. Es hat total Spaß gemacht. Das Spiel war mega geil. Ich habe auch da nochmal ein Video gemacht zur Stimmung damals im Stadion. Ist auch hier verlinkt. Könnt ihr euch gerne, gerne anschauen. Das hat großen Spaß gemacht. Und dann hat er direkt schon das nächste Highlight gewartet. Nämlich, der Geburtstag unseres großartigen Vereins. Der 1. FC Saarbrücken ist 120 Jahre alt geworden. Es gab ganz, ganz viele tolle Aktionen. Es gab ein Fanfest. Es gab einen Fanmarsch in der Stadt mit einem geilen Feuerwerk. Es gab eine unfassbar geile Choreo beim Spiel gegen 1860 München. Es gab neue T-Shirts vom Verein und ein Video vom Verein. Also, da ist richtig viel passiert. Und passend zu diesem Jubiläum, 120 Jahre 1. FC Saarbrücken, gab es dann auch die Premiere eines neuen Formats. Nämlich von Lu Palawa, der FCS Talk, worüber ich mich natürlich sehr freue, weil ich dieses Format moderieren darf. Eigentlich wollten wir erst in der nächsten Saison damit anfangen. Aber wir haben gedacht, ey, 120 Jahre, das bietet sich doch irgendwie an. Und wir fanden die Idee gut. Und deswegen haben wir losgelegt mit Oliver Stegmaier, dem Sohn von Stegmaier, der leider gesundheitlich ziemlich angeschlagen ist und deswegen nicht nach Saarbrücken kommen konnte. Peter Neurohrer war dabei, hat ein bisschen was über die 90er erzählt. Andreas Brehme war dabei, der ein bisschen über die 80er gesprochen hat, der seine Karriere beim 1. FC Saarbrücken begonnen hat. Und auch Rainer Kalmund war dabei, der für ordentlich Stimmung gesorgt hat und da mal ein paar ordentliche Ansagen gemacht hat. Also das war großes Kino, Lu Palawa, und geht in der neuen Saison dann weiter. Die Idee ist die, dass wir tatsächlich immer ein paar Hochkaräter dabei haben. Also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. Und wir werden damit wahrscheinlich auf Reisen gehen. Also immer mal wieder von woanders senden. Das ist jetzt gerade so in der Detailplanung. Und sobald wir dann mehr wissen und wissen, wo wir dann die nächste Sendung mit welchen Gästen machen, werdet ihr natürlich sofort darüber informiert. Es haben nach der ersten Sendung schon gleich Leute nach Dauerkarten für Lu Palawa gefragt. Ich glaube, die wird es erstmal nicht geben, aber es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. In der Liga ging es dann sportlich erstmal normal weiter, aber dann haben so ein paar Tiefschläge eingesetzt. Also erst die Niederlage in Meppen, danach waren wir wieder einigermaßen dran. Dann gab es den, ja eigentlich Matchball gegen Duisburg, den wir dann nicht versenkt haben und dort eine Unentschieden gespielt haben. Da haben wir eigentlich alle gedacht, wir sind raus. Also ich habe tatsächlich zum allerersten Mal in meinem Leben, bin ich in eine Kneipe gegangen und habe gesagt, ich möchte mich alleine in einer Kneipe an einen Tresen setzen und ein Herrengedeck bestellen. Das habe ich gemacht und es war nicht nur eins. Ja und dann kam montags nochmal das Spiel von Meppen gegen Dynamo Dresden und plötzlich war nochmal ganz viel Hoffnung da. Und irgendwie wusste man, diese Saison ist so verrückt und so wahnsinnig gelaufen. Warum sollte die denn nicht auch am kommenden Samstag wahnsinnig enden, nämlich mit einem Aufstiegsplatz oder mit einem Relegationsplatz. Das hat ja auch lange, lange Zeit so ausgesehen. Aber diese letzten zwei Minuten in Osnabrück, die haben uns dann halt dann doch das Genick gebrochen. Ich hatte während des ganzen Spiels immer den Kollegen von Magenta, den Dirk Jochum neben mir. Der hat mir immer über Funk alle möglichen Infos gegeben aus Wiesbaden und aus Osnabrück. Und als klar war, dass unser Spiel gleich vorbei ist und wir das Spiel gewinnen, ungefähr fünf Sekunden, fünf bis zehn Sekunden vor dem Schlusspfiff, sehe ich, wie Dirk eine Träne in die Augen steigt und er sagt nur, Osnabrück hat gerade das 2 zu 1 gemacht. Und dieser Moment, da kriege ich gerade schon wieder Gänsehaut, dieser Moment, als bei uns das Spiel vorbei war und die Spieler eigentlich schon jubeln wollten und auch viele im Stadion schon gejubelt haben, weil der letzte Stand war Osnabrück-Dortmund 1 zu 1. Und das hätte ja gereicht für den Relegationsplatz. Aber in dem Moment dann sagen zu müssen, es gibt keine guten Nachrichten aus Osnabrück, war schon wirklich heftig. Ich habe dann tatsächlich auch nochmal diese Minute mitgehofft, weil es lief dann ja nochmal kurz, es ist nochmal kurz angepiffen worden, bis es dann vorbei war. Ja, dann ist diese wahnsinnige Saison tatsächlich mit einem wahnsinnigen Finish zu Ende gegangen. Auch bei mir sind da ein paar Tränen gelaufen, wie bei so vielen von uns. Aber ich muss sagen, was mich wirklich, wirklich, wirklich beeindruckt hat, ist, wie alle Zuschauer im Stadion darauf reagiert haben. Weil ich meine, wir haben am letzten Spieltag, sind wir knapp gescheitert. Klar gibt es dann den einen oder anderen, der sagt, Mensch, man hätte bei dem Spiel gewinnen können, man hätte bei dem punkten können. Der eine oder andere ist vielleicht auch frustriert oder ist vielleicht sogar ein bisschen sauer, dass das nicht funktioniert hat. Aber nicht beim 1. FC Saarbrücken. Da sind tausende von Menschen auf den Rasen gekommen, um die Spieler in den Arm zu nehmen und um sie zu trösten. Und auch als die Spieler sich dann zurückgezogen haben in die Katakomben, weil die natürlich auch emotional vollkommen überwältigt waren und auch erstmal ein paar Sekunden gebraucht haben, um selber damit klarzukommen, da gab es zuerst diese Traube vom Spielertunnel. Und alle Spieler wurden bejubelt und beklatscht. Anschließend gab es dann den Schlauch, die Säule, ich weiß gar nicht, wie ich es genannt habe im Stadion, damit die Mannschaft auch zu den Treuesten der Treuen vor die Virage gehen kann. Und dort haben dann im Block, auf dem Rasen, Fans und Mannschaft zusammen diese wahnsinnige Saison abgefeiert. Ich weiß nicht, ob es so viele Vereine gibt in Deutschland, die sowas schon mal erlebt haben und die solche Fans haben. Also das ist wirklich beeindruckend. Das, glaube ich, werden wir alle nie vergessen. Es ist nicht gut für uns ausgegangen, weil wir jetzt den Aufstieg nicht geschafft haben. Aber ich glaube, wenn wir diesen Spirit irgendwie mitnehmen in die neue Saison, dann ist das schon unbezahlbar. Und da sind wir noch bei einem anderen Thema, was diese Saison unfassbar geprägt hat. Die FCS-Fanszene war, glaube ich, noch nie so eng, wie sie es jetzt gerade ist. Natürlich wegen ganz vielen Aktionen, die vor allem von der Virage kamen, von den Ultra-Fan-Clubs, die einen Autokorso organisieren, die ein geiles Fan-Fest organisieren, die Aufrufe machen, lasst uns mit dem Fahrrad nach Elversberg fahren, also die so, so viele Sachen machen und sich einfallen lassen, um die Fanszene bunt zu halten oder auch Aktionstage zum Gedenken an den Anschlag in Hanau. Da ist Haltung dahinter und da ist vor allem ganz viel Liebe dahinter und da ist ganz viel Engagement dahinter. Und das alles hat dafür gesorgt, dass dieses Stadion, dieser Ludwigspark in dieser Saison wirklich eine Festung und eine Macht ist. Es ist unfassbar laut. Alle stehen zusammen in einem Block oder zusammen mit der Herbert-Binkert-Tribüne ist es eigentlich ein Block, weil auch dort sitzen unfassbar viele Leute, die ganz, ganz viel Alarm machen während der Spiele. Das ist wirklich beachtlich und ich sage das wirklich aus tiefstem Herzen. Es gibt seit dieser Saison den Förderkreis Virage Est, die ganzen Aktionen, die da organisiert werden, die Plakate, die gemalt werden, die Chorios, die organisiert und vorbereitet werden. Das ist alles die Kurvenlage. Das alles kostet natürlich auch Geld. Und deswegen, ich werde euch hier und drunter auch nochmal den Link setzen, den habe ich schon mal da reingesetzt. Unterstützt gerne die Jungs und Mädels vom Förderkreis Virage Est. Ihr habt in dieser Saison gesehen, was da alles bei rumkommt. Es geht mit 19,03 Euro los, das ist der Jahresbetrag. Ihr bekommt dafür immer auch die Kurvenlage und das eine oder andere Benefit noch dazu. Also ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr gut investiertes Geld, diesen Förderkreis zu unterstützen, damit es auch in den nächsten Jahren tolle Aktionen der Fanszene geben wird. Ich kann nur sagen, ich bin bei jedem Heimspiel unfassbar stolz, vor diesen Fans zu stehen und das FCS-Mikrofon in der Hand zu haben. Für mich war das Spiel gegen Köln ja auch irgendwie ein besonderes Spiel, weil ich vor ein paar Monaten mal nachgerechnet habe und tatsächlich herausgefunden habe, dass dieses Spiel mein 333. Einsatz beim 1. FC Saarbrücken war. Und dann dachte ich, Schnapszahl, Schnaps ist immer gut. Und habe das dem einen oder anderen erzählt. Ich habe mich sehr gefreut, dass es sogar einen Banner gab, das im Stadion hing. Ich habe ein schickes Trikot bekommen, ich habe einen mega geilen blau-schwarzen FCS-Kuchen bekommen und ein geiles Glas. An dieser Stelle mal vielen Dank an Julia, an Eva, an Katrin und an David, weil ich weiß, dass genau die da vor allem dahinter stecken. Aber auch vielen, vielen Dank an alle anderen, die mir zu dieser, ja, es ist ja keine runde Zahl, aber zu dieser Schnapszahl gratuliert haben. Ich habe mich sehr gefreut, dass auch Harry Clem, mein großes Idol als Stadionsprecher, auch am Samstag wieder im Stadion war und mir gratuliert hat. Und ich, ja, ich jage ihn. Harry Clem war 27 Jahre lang Stadionsprecher beim 1. FC Saarbrücken von 1978 bis 2005. Mir fehlen da noch zehn Jahre. Aber wenn ihr nichts dagegen habt oder jemand anderes, dann, ja, gerne auf die nächsten 333. Und dass wir da viel gemeinsam feiern, vielleicht schon in der nächsten Saison. Es wird spannend. Wir greifen wieder an in der dritten Liga. Wir greifen an im Saarland-Pokal und wir greifen an im DFB-Pokal. 18. Sechser übrigens. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, am 18. Sechsten wird ausgelost, gegen wen wir spielen im DFB-Pokal. Und dann gucken wir mal, ob die nächste Wahnsinns-Saison auf uns wartet. Bei mir war es das 17. Jahr. Da kam echt vieles zusammen. Auf- und Abstiege im alten Ludwigspark, das Ausweichstadion in Völklingen mit den DFB-Pokalspielen, mit Spielausfällen, mit Plattstürmen, dann die Rückkehr in den Ludwigspark. Aber ich muss wirklich sagen, dieses eine Jahr war bisher wirklich mit Abstand das Intensivste. Schade, dass es am Ende nicht geklappt hat. Aber wir sind wieder da. In diesem Sinne auch in Gedenken an Steffen Breuer von Lehrgut. Wir kommen wieder in der nächsten Saison. Jetzt holen wir uns erstmal den Saarland-Pokal am kommenden Samstag. Dann schnaufen wir durch und dann gibt es wieder Vollgas in der Saison 2023-2024. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns im Stadion. Macht's gut.